So, ich muss mich umziehen, Leute. Mein Basketballspieler war voll gar nicht. Ja, bei mir ist eigentlich, ich war im Finale, was soll ich? Ich gehe wieder zu meinem bewährten Outfit, Leute, ihr kennt. Jetzt denken manche, ah, das Outfit kenne ich. Nein, das kennt ihr nicht. Bei mir kommt der Frittenfriede. Ich habe mir die Frittenfriede wieder aufgezogen. Nicht Frittenfriede. Das ist so ein Frittenfriede, den du da hast. Stell dir vor, du bist Fellis Nachbarn first, wie er schreibt. Nimm die Schwänze. Guck mal, da wird mein Tein ausgepackt. Nein. In meiner Augen ist es eine Litzfigur. Nein, weißt du warum? Warum? Das ist der Glipschicke und du bist die Standardversion. Das ist meine Idee, das ist meine Kreation gewesen. Das sehe ich nicht so. Das ist so, wie der Typ, der Döner erfunden hat. Da gab es einen Typ, der hat Hinchindöner erfunden, aber es ist weiterhin Döner. Guter Eins, das ist nur Eins. Ja. Nee, fühl ich nicht. Ja, nee, fühl ich nicht. Ich hasse dieses Spiel. Du bist auf diese ganzen Knechte angewiesen. Guck sie dir an, die verstehen es nicht. Verstehen es nicht? Wie gesagt, ich habe es nicht. Ja, das ist so. Rappel dich auf. Komm Fritte. Rappel dich da auf. Komm. Klein und gruselig sein. Klein und gruselig. Auf dem Fußbein. Egal, das macht keinen Sinn. Was macht ihr? Alter, wann verstehen sie es denn, Mann? Sie verstehen es nicht. Jedes Mal. Einstück zurückgehen und zwei Schritte vorzugehen. Oh nein. Oh. Jetzt, jetzt, jetzt. Was macht man hier? Was macht mein Sinn? Komm, komm, komm. Rappel dich auf. Rappel dich auf. Digga, wie schnell ist der eine da vorne? Rappel dich da auf, Digga. Durchgemixt. Digga, der sieht so glücklich aus. Ich will dich auch nicht auf. Guck mal, guck mal, die. Guck mal. Das ist ein gutes Team, die Jungs. Guck mal, der versteht dich. Bei mir läuft es sensationell. Der versteht dich. Bei mir läuft es sensationell. Der versteht dich. Ein Meiner fliegt die ganze Zeit nicht. Was ist das? Ich bin durch. Braucht jemand Hilfe? Die Garde lässt sich ja nicht stoppen und wir sind direkt. Will die stehen bleiben? Ja, ein schönes Tempchen. Samba, Dijanero. Lieber auf der Knie. Samba, Tent. Oder die Meinung von Nummer 10. Meinung von 9 von 10. Kennt ihr Slowblows? Wo er sich zehnmal einen runterholen lassen möchte. Oder kennt ihr die Slowblows? Ja, ja, ja. Die eigenen Freunde, die immer geschlagen hat. Na ja, stimmt. Und dann lasse ich dir einen aber richtig... Bei ihm redet, bin ich raus. Können wir mal aufhören? Oh Gott. Ja, weil ich was schwer kann. Slowblows. Slowblows. Lass mich los. Boah. Mann, Digga, schlieg raus. Schlieg raus. Boah. Ich werd gegrieved. Jetzt hab ich auch Granit angemacht. Hi, Eli. In meine Fresse. Hier ist Rasen. Hier ist ganz viel Rasen bei mir. Hier ist ganz viel Rasen. Lass mich los. Hier ist ganz viel Rasen. Junge, was folgt denn die? Eli, der Rasen. Ich schwänke jetzt über auf blau. habe ich mir alle drei staffeln gekauft weil ich das wieder gucken wollte so gut ist diese ich habe mir gekauft wie keine serie die ich mir gekauft habe aus der blumen das war noch aus und in der seiner davon oh mein gott wie die reisen drei wird lasst mich los jungen das haben die alle gegen meinen pommes ich glaube die wollen das ist der zweite quarterback ungefähr die beste position die es gibt ja weil man man ist quarterback aber man spielt aber man muss nicht spielen ich habe ihn gerangelt zwei boletten auf dem konto da ist die nächste und machen 13 schon nein ich bin ja allein auf meiner seite wo alle blauen sind ich höre das hat gar keinen sinn laufst du dir den nehme ich mir ich habe so viele punkte so leute das wird die runde frittenfriede jetzt ist eine finalrunde es kann alles kommen okay einer ist gelieft man der boxer hat ein problem gegen mich die ganze zeit nach der menschen nachdem ich doch mal in ruhe ich glaube er nicht kommen ist er ist safe streamseifer wenn er mich abfahrt junge was will er noch mit dem fahrer zum training gefahren nein 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 der boxer ist weg und ich bin schnell alter wie cool sieht diese pommes brude aus danke oder mach nochmal mach jetzt ja ich werde die gehalten ich will frittenfriede frittenfriede mach es tu es sei gut einfach ohne sinn sei der kran sei der kran sei der kran sei der kran äh wäre gar nicht oder recht Lucas 10 von 10 top 9 ich sage jetzt kommt wieder das wabenspiel ich fühle mich so gut der ganze da ist sie da ist sie da ist eine außenbahn drin ruhe 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 puh oder wir gucken fit erst mal mein start ist immer gut nein doch das stört nicht das stört nicht jetzt mach mal jetzt mach mal die taktik vom sommer das ist sie katti katti yes nein doch stark stein stein mach weiter Kroosan ging nicht oh nein scheiß drauf katt mir ein stück ab stein kuchen Kroosan stein noch von unten ich sehe da Yeli ist er auch Yeli oder wo ist es ich bin aufstehen ich kann mir denn immer auf einmal so rein choken ist so schlimm mach dein Loch das ist jetzt deine chance den anderen zu zeigen dass du okay bist sehr gut ja Leute ich bin unten geil City geil und jetzt schneid dir ein Stück ab von dem Kuchen dass keiner mehr rauskommt das ist dein Kuchen das ist dein Kuchen das ist so gut City ich laufe auf den Seitenwechsel das ist nee nee geh die Linie entlang oh nein alter ist Edi was oh Gott du musst nach links du musst nach links du musst nach links ich kann nicht nach links ich kann nicht nach links kassi 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 oh mein Gott Edi holst du ihn ab niemals ach ich konnte nichts machen du hast gewonnen ehrlich geiler der ewige zweite der ewige was man daran verkauft weißt du wie gut ich das runter gespielt habe Sid was sagst du zu deinem Outfit mit einem Fuß lange Saison Freude Freda nein Freda hat mich aber ey das Lied hat mich so gepunktet wie oft ich zweite der ewige zweite jetzt Anna was kommt in den Chat Leute Edi Ganner hat euch schon 2 Wins geholt und 150 Euro gegen die Kneche gewonnen wollen wir die Runde Preis verdoppeln? komm die Runde Preis verdoppeln die Runde na ich kann nichts manieren für mich gerne ok komm ich bin schon wieder Erster mit einem Hotdog durch ein viele ja rot ich bin die Ananas hier vorne ich bin noch ein Schlagmann ich bin noch ein Schlagmann nein ich habe einen auf den Döds bekommen Freunde was spiele ich hier heute? Aufstehen die aufstehen die aufstehen die aufstehen die aufstehen die aufstehen die ich möchte euch den punkt machen aber ich habe ihn gerade wieder erster geworden ich bin heute noch nicht einmal rausgeflogen was ich sage dir ganz ehrlich warum kannst du dir jetzt nichts kaufen aber ihr habt es im hinterkopf ihr habt es im hinterkopf dass ich da bin ach das ist merkt ihr das immer wenn ich gut drauf bin das ist doch irgendwie komisch warum ist meine anderen was überhaupt glieder rosa meine chance dieses spiel sind ja noch drinnen ja auch noch mal ein aktime vorher getrunken ich will den haben ich bleib uninfiziert ich bleib nicht gesund ich habe hier einen der mann ist weg qualifiziert reinhau rein mal um schlafen leute jetzt für viele top 20 pop sprungklub sind nicht viele aber das ist ekelhaft mit 20 leuten plus 1 lauft jungs warum glaubt ihr gegen den den verkehr aber ich mache hier unsere runden ich fühle es das finale kommt dieses hübsch spiel gibt mir dieses hübsch spiel du kannst du kannst du sommer nicht dieses krumm spiel das krumm spiel ist das schlimmste ja jetzt kommt ja ok ok auf den spiel top 7 das ding ist jetzt kommt top 7 weiter und danach kommt wieder weggehext leute ananas kopf in dem chat bei mir top 7 kommt weiter wie es gekaut hat sieben der weg war noch nie in der mitte nein lass ihn los mich an ich kann den weg ich kann den weg nicht ich kann den weg nicht ich kann den weg nicht ich weiß nicht wie ich hierher gekommen bin aber ich freu mich rechts weiß ich nicht nein man könnte nein nicht hier rechts ein weiter hinten went schon jaja habe ich gesehen hier wenn schon fein falsche richtung umdrehen umdrehen nein 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 mach mal der ding da mach mich mal auf ja abdech ich denke nicht egal nein 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 du kannst Ich kann den Weg nicht mehr. Ich kann den Weg nicht mehr. Kannst du ausden? Nein. Das heißt, es geht hier weiter. Noch ein weiter. Ich seh den Weg. Ja! Hardy Boys! Ich seh den Weg. Ich seh den Weg, Leute. Bergspiel, Bergspiel! Oh, oh! Mike, lebst du auch noch? Ja, normal. Wir sind vier von sieben. Wir müssen gewinnen. Wir haben mehr als 50 Prozent. Platz eins. Ach, er fliegt hin. Mach Metafriede. Dritten Friede. Oh nein. Ja. Ich bin weg. Ich bleib stramm. Hä? Wie schnell bist du? Hä? Ich bleib stramm. Nein, ich krieg einen Kick, Mann. Ja, Elis weg! Ich bin erster. Ich bin erster. Scheiße! Applaus! Ja, klar. Scheiße! R2 funktioniert bitte! Ich hab so viel Vorsprung. Oh nein. Let's gooo! Let's gooo! Ja! Danke! 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 Ich hasse den Weg. Let's go! Leute. Konsistenziel zeitig aus. Ich bin so consistent. Ich bin so konsistent. Ich bin so konsistent. Oh mein Gott, Eliozina? Niemals! Der ebene Zweite. Ich hoffe, ich Zweite. Bis zum nächsten Mal.